Mensch, 70 Jahre, herzlichen Glückwunsch an die Infa. Vom Kröpke, von uns Gewerbetreibenden. Wir sind Mitbestandteil der Infa seit vielen, vielen Jahren. Und die Kritiker werden sagen, es ist eine Hausfrauenmesse. Das ist sie beileibe nicht mehr. 70 Jahre heißt Innovation, neue Themen, sich immer neu erfinden. Ganz, ganz toll macht ihr das da draußen. Weiter so.